Hallo YouTube, ich bin's MrPlays490, ich bin, wollte mich mal hier vorstellen, ich mach ab sofort Let's Plays, ja, okay, was gibt's noch zu sagen, eigentlich nichts mehr. Ja, ich mach halt als allererstes Truck Mania 2, ja, Mania Planet, und logisch, eigentlich heißt es ja Truck Mania 2, aber nennst ihr einfach Mania Planet, auf jeden Fall werd ich das Let's Play, ja, und wenn ihr mal nichts verpassen wollt, sag ich mal, abonniert mich, wenn ihr wollt, kostenlos, ja, eigentlich nein, scheiß, probiert mich nicht, ihr könnt einfach bei, dann die Videos sehen, wenn ich so hoch lade, ja. Auf jeden Fall soll jetzt hier nur ein kleines Interview Video werden, dass ihr eh nicht so viele Aufrufe haben werdet, auf jeden Fall, naja, auf jeden Fall, ciao.